Hallo zusammen, ich grüße euch. Mein Name ist Mercedes von DXB Offline.com und heute möchte ich eine Exposé präsentieren von Soppa Heutland. Wir befinden uns in Meydan. Das sind fünf Minuten von Burj Khalifa entfernt, 20 Minuten von Dubai Airport und vom Dubai Mall auch fünf Minuten, weil das Burj Khalifa direkt dazwischen ist. Heute möchte ich euch über das Gardenia Villa berichten und zwar befinden wir uns hier in dem Villa Nummer 57. Das Soppa Heutland insgesamt hat eine Fläche von 80 Millionen Square Metern und mit 8000 Bäumen in Soppa Heutland und 80 Millionen Square Feet befinden wir uns hier in Dubai, was natürlich ein Wow-Effekt ist in Soppa Heutland, weil das Land natürlich bekannt ist für die Wüstenlandschaft. So über die attraktiven Punkte genau, was die wichtigsten sind. Wir sprechen hier von 3500 Square Feet und preislich sind wir bei 5,2 bis zu 5,3 Millionen. Kommt drauf an, weil wir verschiedene Typen von den Kornhauses haben. Alle sind vier Zimmer verfügbar und wenn wir hier jetzt ein bisschen herher kommen, kann man hier schon sehen, dass eine weite Sicht ist. Ich möchte euch auch etwas von der Landschaft zeigen. So wie ihr hier zum Beispiel sieht, ist da sehr viel Grün. Hier, dort, wir haben volles Privatsphäre. Ich befinde mich jetzt genau auf der Straße. Auf der rechten Seite von mir aus gesehen haben wir die Gardenia Villas mit vier Zimmern Townhauses und auf der linken Seite haben wir die Forest Villa, wo wir die vier und fünf Zimmer Villen haben. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Visit our website dxboffplan.com and follow us on social media for more exciting property news.